Tja, auf geht's Ja, auf geht's, dann machen wir mal unsere komischen Missions weiter Ich brauch bei den Solo-Missions nur noch, ich glaub sechs Stück Glücklich Okay Okay Und ich brauche Ah, mein Klingt Internet, lass mich nicht im Stich, ich brauche dich Puh, hab ich das gemacht? Nein, die Noch, muss große da lassen Ja Ja, das muss live sein Aber es hängt bei mir im Internet, du bist zu kacke Tja So, Aufnahme läuft aber auch noch Ja? Ja? Hm Hallo, der Schmer kommt zur Puck, unbedingt Mit dem TS Hallo Hallo Nice Ich hab nur ungefähr, 20 Sekunden Verzögerung, aber alles gut Ja, am Desch war's, ich hab halt nicht Also ich hasse dich 20 Sekunden verspätet Jay Oh mein Gott, wie kannst du nur was? Schattenschlag Fugt einem unverletzten Charakter fünf Schaden zu, das ist ganz nice Die Aaslarve Ich bleibs Ich verstehe alle feindlichen Geheimnisse, echt 1-1 für jedes gewerte Geheimnis, ernsthaft Mal erst noch Ich verleiht dir Schitter 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 Ist so eklig, wenn die explodieren Selten Das letzte Mal Das letzte Mal Das letzte Mal Hat mir das auch Glück gemacht, dass ich den Karten rücken genommen habe Dann hab ich die gute Lächste Ah, Miguel ist drin Fünf Kills mit ner Neger Einfach wieder Knife killst du in der ersten Runde und dann direkt Neger voll Dann haben die noch keine guten Waffen, dann sollte das easy Ja Miguel Ja Das ist nicht los Ja Guck mal Selten Der Standard raus Aslarve Selten Einmal Machtwort Hentai Einmal Machtwort Hentai Einmal Machtwort Hentai So, stopp'ne Ah, wir müssen jetzt mal kaufen Ne Stopp'ne Epic Nicht spoilern Bin dafür, dass ich jetzt mal so einen Dragon Lore Drop bekomme Oh, die haben sogar auch Oh, die haben sogar auch Ja, komm, ja Oh, ich dachte, dann ist weg, stimmt der Die Miguel Spur, ich hab wieder Schaden Was ist der Eifel? Was ist der Eifel? Was ist der Eifel? Oder? Wo ist ein Heavy? Nein, die kostet jetzt 2700! Wir fehlen 100! 2 Maler Picks Nicht deren Ernst Ja, die kommen hier lang, ne? Nein, tüten mich alle, du hast echt schon Du hast echt schon genug Was soll'n das? Ah, da fehlt hier noch einer Ah, da fehlt hier noch einer Satan! Na? Was? Wow I have a Neger Nanana Wenn ich zwei in einem Leben gelassen Hätt ich auch eine Neger Fähig schneller durch Egal, mach schnell Du bist weg Bekommt eh nur 750, ne? Satan! Satan! Glaub, die kommen rechts Hier Keine Ahnung Keine Ahnung Hör die zwar, aber Kann auch sein, dass sie sich hier hoch sind Nein Pott Oh, das heißt nix Ja, da kommen wir Alter Noch keine Lerner dabei gewesen Verrückt Was ist da los? Alter Wir haben ja neulich gehelpt den Totten Mach tot! Einen noch Was ist da denn? Selten! Bei Golden seltener Der ist hier irgendwo Ne, jetzt von der Decoy Der eine, der will nicht, dass du mich gewinnt, deswegen bleib einfach weg Wo ist er denn? Verdammte Axt Krass Wollte ich die Schatten gestalten? Nein Da sind wir Alter Ja Der für alle Heileffekte, das setzt wie die Schattenkabale Nur in Einzug Genau Das Hotel ist lauter stein Ne, irgendwie hab ich grad keinen Drop im Wow, drei Zertrümmern Eieiei Vor allem ein Booster gab's So Anfang sieht auch ziemlich witzig aus Und ist der Nächste mich? Selten, selten Bei den haben wir nochmal Bei den haben wir nochmal Selten bei eurem Tag 9 Kills 15 Stück Wuhu Selten Nakel von Sos Uuugh Was? 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 Ich weiß jetzt, go ist er Oh Gott Ja Aber dafür zwei Überladungen Ah Selten Ja Ich bin der, Scheiß Es ist ein Ich wollte mein Kartenag nicht vorbei bleiben Geht doch gar nicht, deine Packung lag vor, unmöglich. Das ist so eine Stärke. Ja. Äh, jetzt. Oh, Technoik, wie ist das denn? Ne, wir brauchen Tech Night Pills, aber wir haben keinen. Immer wieder super ey. Oh, wir können ihn gar nicht kaufen, kann das sein? Ne. Wow. Wir müssen die aufsammeln. Ja, jetzt. Sag, Karte. In die Richtung kann man wahrscheinlich wieder unendlich viben. Oh, die sind schon da, Alter. Ja. Hilfe. Was ist da? 18 Packen haben wir noch über. Alter, was geht denn ab? Oh, die würdest du auch fragen, die sind cool. Hunter Letten Derry, jawoll. Was spielt der eigentlich gerade, wenn ich meine? Hudson macht ja gerade ein Pack-Opening. Ah. Cooles Stürm. Hartgestürm. Blödes Piepsen. Ich komme von hier. Also Zwischengang wahrscheinlich. Ich bin gar nicht. Ne, wir gehen weiter, kommen von hinten. Echt? Ernsthaft? Ja. Voll der Scheiß. Was ist denn da los? Nervenvoll. Ich reckne einfach mich. Ganz übrigens so Technischen auch. So, ich bin da auch schnell einer. Ja, hab nicht dran gedacht. So, jetzt dürfte ich Schläger sein. Mit Technik. Ich will nicht hoch springen, ey. Toll. Süßbare Wände. Sollte man da doch hochkommen. Er geht anscheinend nicht. Für der Mitte, oder? Der Mitte. Ja. Alter! Der 560 AP. Irgendwas. Dementschein. Wir haben noch lag. Hallo Bennett. Hallo. Hallo. Hi. Was? Er öffnet Sachen und print das. Ach doch. Achso. Das ist wirklich. Nein, oder? Nein. Nein. Da bräuchte Geilsabrechnung bekommen. Oh. Das ist doch nicht deren Ernst. Geilsabrechnung bekommen. Ist ja halt wirklich mit der Nate gestorben, ey. Baba, hör wieder Geld, Alter. Ist schön. Ja, Mann. Ja. Ich hab hoffentlich zu offiziell gesagt, ich fick auf alles. Wem? Auf allem. Ja, wem hast du das gesagt? Einen. Jeder, der heute noch was von mir will hat, will ich mich. Okay. Keinen guten Tag gabst. Fick dich. Warum schmeißen die Brads? Das ist ja in fact stranding. Ganz logisch. Aber... Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, stimmt. Auch. Einer noch. Und, und, und? Wie viele Legendaries? 3, 4, 20. Einer. Bisher. Oh, schwach. Hat er denn Lust auf ne Runde hat? Ja, gleich. Mäh. Bis noch einen schießen ein. Der nice, weil ich läuft ja. 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 So, ich glaube, ich kann mal einen Legendary, dann kann ich mir noch craften. Eine Legendary kann ich... Hammer. Ich kann mir auch eine craften. Oh, es piept. Ja, du kriegst hier Drop dich nicht, toll. Und kack drauf. Und das Strapi? Ja. Müt' mich kurz. War wieder mit Geld die Schmucke. Du musst auch so viele Missions machen, ey. Gib'n Fick auf die Missions, Digga. Ich warte, bis ein Jahr rum ist oder so. Dann verkauf ich die beiden Dinger für... Was? Die was? Ja, warte. Nein, nein, nein. Ja, all diese Operation Whitefire... ...Passes. Überarbeiten. Ja. Ich hab' noch zwei von den Passes. Dann verkauf ich schon. Die werden später dick viel wert. Aha. Okay. Ja. War ich denn komplett clean? Aber die... Was bringen die Pässe überhaupt noch, wenn die es abgelaufen ist? Sammler. Ja. Der ist Go-Sammler. Überleg' mal, als Whitefire rauskam, alten Pässe wurden für Sinn, die... Pässe vor zwei oder länger davor, ey, die wurden für sich irgend verkauft. Ja? Guck geil. Du musst halt nur Geduld haben. Ja, das stimmt schon. Geduld ist mein Hübscher. Und ich darf gar nicht gemann werden. Ist doch das Schwerste. Mhm. Wahrscheinlich. Aber, ey, Jungs. Ich hab'n Premium-Account. Oh, oh. Ja, gut, das hab' ich auch. Was ist mit Nummer, da? Premium kriegen nur Leute, die nicht cheaten, nicht spamen, nicht flamen, sowas. Nicht importet werden. Ich hab' erst drei gebannte Accounts, aber bin Premium-Jungs. Ich hab' auch Premium. Du hast keinen gebannten. Doch, du hast einen gebannten Account. Ja. Und zwar wegen Beleidigung. Die hab' ich mit Premium-Account. Alle haben gedacht, es war wegen mir. Es war gar nicht wegen mir, Mann. Doch, es war wegen dir. Ich höb dir trotzdem nicht. Genau, weil ich alle beleidige. Ja. Ja. Ja, permanent. Nach dem... Ja, ich bleib nur euch, Alter. Beleidig sie mit Schmerz. 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 Delete Session. Delete Session 2. So. Dann zack' mir mal ne Ründchen hat. Macht noch einer hat's mit? No. Die machen doch gerade ihr Pack-Opening. Nee. Soll nicht fertig. Achso. Damit machen wir also als Teil von YouTube, Manni. Ja. Ja. Schmerz. Die Tiere haben sich von mir abgewandt. Och nein, ich muss noch ne Map spielen. Da sind maximal zwei im Deckel. Da sind nicht mal zwei im Deckel. Aber du scheiße bist. Du verarscht mich. Ja. That's totally right. Und go. 833 euro 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 14 15 15 16 15 15 Ich bin ein Angriff. Ich bin ein Angriff. Ich bin ein Angriff. Deine Mutter Sicher? Ja, bin ich für ganz sicher Sehr zu OP deswegen Ja We too strong Na und die armen Gegner Oh Gott, wo die kämmen? Auf geht's Ramon Let's go Spiel wir Du musst noch eine Karte mal entdecken Ich frage es nur welche Sargent Hammer Ich war da ganz kurz Ich muss noch eine Karte hinzufügen Das hast du gerade ganz genau gehört Warte Das ist gleich Aber doof, warte Ich mach's peeling aus Du siehst ja, was ich auf der Hand hab Ist ja doof Ich mach's eh aus Du musst keine Chance Aber Ja Bis zum nächsten Mal